Hi Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. Wir sind hier mitten im Bossfight, ja vom ägyptischen Gebiet quasi und kämpfen jetzt mit der Spinne. Wir haben uns mal wieder das Herz rausgerissen. Nutzt ZZL, um zwischen dem Phantom und Malfass zu wechseln und so an Land oder in der Luft kämpfen zu können. Der tobende Bio-Reaktor des Phantoms wird nach einer bestimmten Zeit explodieren. Erlittener Schaden verkürzt diese Zeit noch zusätzlich. Erfüllt von magischer Kraft der Bayonetta, dieser Welt ist Malfass nun mächtiger als je zufort. Achso, okay, ich kann hier quasi den Geier machen. Aber das bringt gerade irgendwie gar nichts, habe ich so den Eindruck. Mach ich hier gerade irgendwas? Ich checke es noch nichtmals, ehrlich gesagt. Ja doch, irgendwie schon, oder? Aber ich checke nicht so ganz, warum. Eine weitere Barriere, sagt er. Oh, okay, wir haben nur eine begrenzte Zeit für diesen Bossfight. Ich kann hier irgendwas machen. Senkstrahl. Okay, mit ZR. Mit R kann ich noch eine Wärmekugel machen. Noch mehr Barrieren. Schreit zur Tat. Bändiger des Windes. Federraketen. Clown-Angriff. X angreifen. Y-Sturmwind. Ja gut, seine Moves kennen wir soweit. Ja gut, wir haben so knapp die Hälfte, würde ich sagen. Aber der... So, machen wir hier von unten noch was? Machen wir irgendwelchen Schaden hier, ne? Also es ist schon relativ vorgegeben, wann man was zu erledigen hat. Aber hier passiert auch nicht so viel, habe ich gerade den Eindruck, ja? Ah, okay, jetzt hat noch ein Schlag gefehlt. Aber auch hier passiert nicht so viel gerade. Muss ich doch was mit dem Vogel machen? Ich kann gerade nichts mit dem Vogel machen. Ne, ich glaube, ich muss was vorne mit dem Clown da machen, oder? Ach so, hier ist glaube ich das, wo ich jetzt draufhauen muss mit ihm. Okay, das hätte man... Oder? Muss ich? Was ist denn hier genau mein Ziel? Sieht man es irgendwo? Oder muss ich hier drauf? Ach so, ich muss hier drüber klettern. Oh, Spiel, sag mir das doch mal, gerade in so einem zeitlimitierten Kampf. Was man hier wirklich machen muss. So, das macht jetzt Schaden. Das ist okay. So, war wieder irgendwas geschafft. Aber auch nur noch Sekunden nur noch, ey. Ich muss noch nicht mal zu nah ran, ja? Ich kann alles von hier machen. Das ist schon irgendwie witzig. Das ist nur super langsam, der Kampf, ne? Für so ein Bayonetta-Spiel. Ja, danke. Ach, komm. Als wenn ich es irgendwie sehen würde. Ach, Gott, ey. Wir britzeln hier mal munter weiter mit unserem Laserangriff drauf. Auch das ist okay. 50 Sekunden haben wir noch. Okay, wenn ich es verkacke, weiß ich wenigstens, woran es geliegen hat, ja? Und zwar einfach, indem ich in dieser einen Phase nicht gecheckt habe, dass man auf dieses Viech draufrennen muss, quasi. Mein Ende ist gekommen. Ist das so? Muss ich hier was wechseln? Oh, es sind noch 10 Sekunden. Ich glaube nicht, dass das noch hinhaut. Nein, es scheitert jetzt tatsächlich daran, dass ich zu spät gerafft habe, dass ich auf dieses Viech draufsteigen muss, ne? Ja, sauber. Ja, dann machen wir das wohl nochmal. Also, das sind definitiv die Sekunden gewesen, die mir gefehlt haben, als ich nicht gecheckt habe, was ich machen muss. Ja, komm. Hau mir direkt einen rein hier. Das hat er doch vorhin auch nicht so gemacht, so krass am Anfang, oder? Als ich hier hingerannt bin. Ey, sag mal, Jungs, geht's noch? Das habt ihr doch vorhin auch nicht gemacht. Oder habe ich das nicht gemerkt? Aber wenn ich springe, ja, wenn ich hier diesen Airmouth mache, kriege ich immerhin keinen Schaden. Könnte auch noch so ein Ding sein, wie man Zeit gewinnt, ja? Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, muss ich immer noch was machen, oder ist der Vogel dran? Ah, ich glaube, der Vogel ist dran. Ja, genau. Kratz ihm die Augen aus, Vogel. Kratz. Kannst du ein paar Raketen zwischendurch mal reinschicken. Das ist nicht eine Fähre. Muss ich hier wieder was machen? Ah, jetzt kommen die Dinger runter. Okay, diesmal weiß ich es von Anfang an direkt ein bisschen besser. Wenn sich die Spinne mal in Bewegung setzen würde, würden wir jetzt auch schneller drauf kommen. So, jetzt haben wir noch 180 Sekunden. Ich glaube, beim besten Mal waren wir hier schon bei 60 Sekunden oder so. Kann das sein? Also, das sollte eigentlich easy machbar sein. Oder meine ich das nur... Immer drauf da... So, auch das hätten wir. So, während er sich da noch aufbaut, nutzen wir das schon mal, um ein paar Laser drauf zu britzeln. Okay, okay. Da hätte ich ein bisschen eher mal wegspringen können. Äh, ich denke, der Vogel ist wieder dran. Oder? Nö, nicht so richtig. Ja, schön, dass er da hinten in die Richtung schießt und wir von hier aus gemütlich mit unserem Laser drauf britzeln können. Das ist okay. Vor allem, wenn er sich auch nochmal schön langsam hin und her bewegen muss. Achso, ich kann meinen Laser auch abbrechen. Ja, dann mache ich natürlich nicht allzu viel Schaden, wenn der Laser abbricht. So, der Bändiger des Windes ist wieder dran. Ja, dann bändige mal. Hier, Raketen hinterher. Ja, bäm. So, haben wir es. Wenn man weiß, was man tun muss. Wenn das jetzt alles war, ist es nicht so schwierig gewesen. 50 Sekunden haben wir noch übrig. Okay, er hat auch schon einiges an Panzerung und so verloren, macht es hier den Eindruck. Hallo, kommen wir jetzt mal irgendwie hier drauf? Danke. So, und Klimax. Okay, damit haben wir diesen Feicht geschafft. Ja, wenn man weiß, was zu tun ist, ist der ziemlich simpel und ziemlich langsam, der Kampf. Da sind wir deutlich Schlimmeres vom Bayonetta gewohnt, auf jeden Fall. Langsam scheint er zu ahnen, was hier passiert oder was hier passieren wird mit ihm finalerweise irgendwann. Kleine Atom-Druck-Explosion hier über den Planeten drüber. Okay, man hätte es deutlich schöner machen können irgendwie. Naja, irgendwie haben wir es geschafft. Weil ich mal noch irgendwie besser kombonen können oder so, aber das hatte ich bis zum Schluss mit den Viechern nicht so richtig raus, wie das dann funktionieren soll. Werden wir gerade von der Sonnenfinsternis aufgesaugt oder was? Und werden wir gerettet von unserer anderen Inkarnation oder Reinkarnation quasi? Naja, und was bringt uns das jetzt? Wie kommt sie jetzt da raus? Irgendwie. Ah, ne, sie hat sich, sie opfert sich, oder? Roms, den Stein auch noch zersprengt. Okay, es schien ihr also auch klar zu sein, wer diejenige welche ist, die das hier zu Ende bringen muss, ja? Achso, es ist ja Ejan. Ne, es ist gar nicht. Ich gewinne. Eine Bayonetta nach der anderen verreckt hier. Aber wir können am Leben bleiben. Es ist schon cool gemacht, das Spiel. Auch für, ich muss es mal wieder sagen, für Switch-Verhältnisse. Klar, an der einen oder anderen Stelle vermisst man ein paar Details, das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, allein der Kampf ist so fluffig, abgesehen davon, dass mir ständig der Daumen weh tut. Und ich finde, es sieht cool aus. Also zumindest vom Weltdesign und so haben sie sich schon Mühe gegeben oder das richtige Händchen bewiesen. Chaos-Getriebe, endlich mal wieder eins bekommen. Und neuer Dämon unterworfen, neue Waffe erhalten, den Frosch. Nicht den Vogel, oder hatten wir den Vogel schon? Neue Waffe. Ja, müssen wir mal im nächsten Level ausprobieren, was wir hier jetzt bekommen haben. Achso, hier ist der Vogel noch, inklusive der neuen Waffe. Okay, Frosch und Vogel haben wir in dem Level bekommen. Das Zubehör Silins Licht steht ab sofort im Laden zum Kauf bereit. Und das Zubehör Fangzahn des Zornwolfs steht bereit. Und der Superspiegel Beta 3 steht ab sofort im Laden zum Kauf bereit. Wann würde ich sagen, statten wir hier den Gates of Hell nochmal kurz einen Besuch ab. Beziehungsweise Rodin. Something special for you. Also, das sind die Engels-Dinger. Der Superspiegel, das lässt uns dann wahrscheinlich... Nur für verschiedene Haarfarmen. Ich würde sagen, das lässt uns wie Bayonetta 3 da erscheinen. Beta 3 oder so. Geben wir mal aus, was wir haben. Aber eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Ich wollte hier gucken. So, Silins Licht, das sind die Sachen, die uns gerade angekündigt wurden. Nutz Zauberkraft, um bei gegnerischen Angriffen die Hexenzeit zu aktivieren. Achso, dann werde ich getroffen. Okay, es zieht auch wirklich einiges an Magie ab. Aber trotzdem, ich werde getroffen und dann wird Hexenzeit ausgelöst. Boah, das scheint mir mächtig zu sein, oder? Ist ja fast auch schon so eine Art Cheat. Ist nicht ganz so krass wie der hier unten, glaube ich. Weil da muss man wirklich gar nichts machen. Quasi macht man hier die Defensivaktion im normalen Comboing. Nutz die Stärke vom Angriff während... Was ist denn Maskeraden? Achso, Maskeradenzorn ist, wenn ich N und R drücke. Komm, wir gönnen uns mal Silins Licht. Mal gucken, ob was nutzen werden. Jetzt haben wir erstmal keine Kohle mehr für das Zweite. Und ich glaube, jetzt sind wir erstmal wieder mit Jeanne unterwegs. Hier, Nebenlevel oder so. Neben Kapitel 3, hohe Einsätze. Das ist doch mal wieder Jeanne-Spy-Action wahrscheinlich, oder? Genau, wer hätt's gedacht. Infiltrate the laboratory und find the girl. Okay. Weil das ist schon immer die Aufgabe. Das kann ich hier im Vorspann teilweise gar nicht so schnell lesen. Die ganzen Schriftzeichen oder Schriftzeilen, die hier vorbeiflitzen. Oder ist das Jeanns finale Abschnitt, in dem sie Ysert findet? Man kann's auch nicht abbrechen. Obwohl es immer das gleiche ist irgendwie. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ihr finale Abschnitt ist, in dem sie Ysert findet. Weil uns fehlt auch nur noch ein Chaos-Gear. Das heißt, es müsste jetzt auch die letzte Welt zumindest zum Finden des Chaos-Gears für Bayonetta anstehen. Vielleicht können wir noch eine Welt, eine Finale, in der wir halt der Singularität oder was gegenüber treten. Centipede Within, ja, das kennen wir alle schon. Aber es fühlt sich schon so ein bisschen an, als wenn es langsam, also es wird ein bisschen dauern, aber als wenn es langsam aufs Finale zugeht. Aber diese Vorspende hier sind schon gut gemacht für Jeann. Jeanns Spy-Action mal wieder. Er muss vorhin sein. Ich hoffe, er ist immer noch zu spüren. Okay, hier ist erstmal links-rechts angesagt. Also links-rechts ist bei ihr ja immer angesagt, aber man hatte normalerweise mehrere Etagen und Ebenen und sowas direkt von Anfang an gesehen. Das ist hier gerade nicht. Ich müsste mal irgendwie nach oben kicken können. Achso, so kann man sich hier ein neues Item-Gear besorgen. Was habe ich jetzt? Na gut, ich habe nur begrenzte Schüsse zur Verfügung. Aber der Bogen ist schon cool, ne? Wann kommt der? Nach blau immer? Achso, jedes Mal, wenn ich hier rechts drücke... Ne, dachte ich gerade, kommt der neue Gegner. Kommt aber nicht. Da ist ein neuer Gegner. Okay, aber wenn sie weiter in der Frequenz kommen... Wo kann ich das? Ist das nicht so beeindruckend? Ach, komm schon. Achso, das war ein Gegner. Ich dachte, das wäre irgendwas Gutes gewesen. Jetzt habe ich aus Versehen die Shotgun genommen. So, ein bisschen Zeit. Wo ist hier die Herausforderung? Mache ich irgendwas falsch? Muss ich das hier rechts auch öfters drücken? Oh, ZL. Oh, shit. Boah, okay. Mit der Shotgun treffe ich mal gar nichts. Besiege will jetzt zwei Gegner mit nur einem einzigen Schrot finden. Schluss, äh, Schluss. Ja, gut, dass wir das mal geschafft haben. So, ich müsste auch mal den richtigen Knopf hier drücken. So, jetzt haben wir irgendwie so eine blaue Eichel hier rausgeholt. Excuse me. Rums. Oh, was wir auch immer hier gekriegt haben. Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne diese Kiste hier, danke. Rums. Okay, da rechts geht diese Leiste voll. Das ist mir auch noch nicht so richtig aufgefallen bis jetzt. Finde und besiege Affinity. Mhm, mhm, mhm. Oh, ich hab auch so irgendwie die Shotgun genommen. Oh, Gott. Haben wir es irgendwie geschafft? Nee, jetzt haben wir noch so ein... Dann haben wir wieder so einen fetten Fight hier oben. Okay, hier sieht man jetzt... Hier hat man jetzt überhaupt keine Chance mehr zu sehen, was man überhaupt kriegt, ja? Boah, aber diesen Fight hatten wir doch schon mal, ne? Ich weiß noch nicht gerade so richtig, was ich dem entgegenzusetzen habe oder wo ich ihn überhaupt mal so richtig treffen kann. An seinen Fäusten, oder? So, jetzt haben wir einen Raketenwerfer hier, oder wie? Oh. Oh, jawoll. Ein Pfeil und Bogen. Oh, das macht schon Schaden, wenn man ihn hier an den Händen trifft. Hat auch ordentlich Schaden gemacht. Einmal richtig getroffen und ich glaube, er ist so gut wie hinüber. So, komm, mach mal was, mein Freund. Haben wir ihn schon besiegt, oder war das nur sowas wie eine erste Phase? Nein, ich glaub, wir haben ihn tatsächlich schon besiegt, oder? Okay, dann ging das irgendwie fluffig. Jawoll, unten in die Lava rein. Gut, dass wir nicht mitgeflogen sind. So, Pommes, Burger und die Coke haben wir gefunden. Ist doch schon ein Big Mac-Menü, oder? Erreiche das Ziel, ohne dass der Aufzug ganz angehalten wird. Ja, okay, es war irgendwie einfach gewesen, auch wenn ich keine Ahnung, was ich hatte, was ich gemacht habe. Das raffe ich eigentlich jetzt erst so richtig, ne? Dass wir die ganze Zeit Gianni hier spielen, auf ihrer Mission, Isert zu finden. Dr. Sigurd, wie komme ich auf Isert, Isert ist auch irgendein Charakter in irgendeinem Videospiel, oder? Okay, das ist tatsächlich schon gewesen. Das war mal ein sehr kurzer Level mit Gianni gewesen. Die anderen waren irgendwie deutlich länger gewesen. Rhein-Platin, ernsthaft? Ich habe in diesem Level Rhein-Platin erhalten. Obwohl ich null Ahnung hatte, was ich getan habe. So, nächste Welt. Ah, man sieht hier auch langsam, okay, es schlängelt sich hier um diesen Berg rum und dann wahrscheinlich auf diesen Berg hin, ne? Letztendlich ist der Berg, glaube ich, auch die Insel, die alle Dimensionen verbindet, ne? Und das hier sind so die Außenbereiche und wahrscheinlich kommen wir dann im Finale in diesen zentralen Bereich rein. Kapitel 10, im Schutz der Nacht. Mann, schauen wir mal, was hier schon wieder abgeht. Oh no. Nein, nein, nein. Ich will nicht Viola spielen. Das wird wieder Kacke werden, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Viola mit ihrem komischen Sesshi. Oh, es ist kalt hier offensichtlich. Was passiert? Haben wir den Sonnengott rar gekillt? Im letzten Universum. Was in der Hölle? Was ist das? Luca! Tule Frostgipfel. Okay, deswegen ist es hier so kalt, weil wir auf dem Frostgipfel sind. Da hinten wäre unser Ziel. Okay, was finden wir hier? Oder ist das der Weg zu unserem Ziel hier oder zu irgendeinem Goodie? Oh, da unten ist der Schlüssel. Ja, den wollen wir eigentlich haben. Damit können wir irgendwann, wenn wir es denn finden, auch ein Tor hier aufschließen. Das ist uns, glaube ich, bisher nur einmal gelungen, weil wir den Schlüssel nie gefunden haben. Das wäre cool, wenn der Schlüsselloch quasi direkt hier oben wäre. Das ist aber, glaube ich, nicht. Hier ist eine Herausforderungsnummer. So, ein Collectible Goodie. Oh. Ihre Zubehörslots sind frei. Den habe ich auch eingestellt gehabt. Ach nee, das ist das Setup, was einem hier drin zur Verfügung gestellt wird, oder? Besiege alle Gegner. Eine Welle. Nur Schaden in Hexenzeit. Boah, und das mit ihr. Boah, das wird scheiße werden, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil ich es mit ihr so überhaupt nicht drauf habe und schon gar nicht mit ihrem Ausweich-Move, den so zu benutzen, dass ich Hexenzeit bekomme. Boah, das wird richtig kacke werden. Aber immerhin wieder eine großflächige Arena. Begrenzte Zeit. Nur Schaden in Hexenzeit. Keine Folterangriffe. Ich weiß, das hatten wir schon mal. Und das war richtig kacke gewesen. So, 140 Sekunden. Dann komm. Und wenn man es nicht gut timet, dann ist es auch schneller vorbei, als man denkt. Die Hexenzeit. Komm, mach nochmal. Ja, viermal getroffen worden schon. Auch das ist mega. Okay, viel zu früh und schon vorbei. Okay. Das wird spaßig werden. Ich meine, gut, dass ich jetzt so oft hintereinander getroffen wurde. Das war meine eigentliche Doofheit gewesen. Boah, man sieht ja schon, wie oft ihr irgendwelche Moves macht, damit man in Hexenzeit kommen kann. Was macht das andere Viech, was hier so rumfliegt die ganze Zeit? Weiß man es? Nicht so richtig. Okay, es schießt ab und zu mal auf einen. Habe ich verstanden. Ah, gut, jetzt hat sie mich getroffen. Das war nicht so gut gewesen. Boah, das war schneller als gedacht, diese Kugel. Ich denke, man hat es gesehen, dass ich nicht bereit war. Ja, klar. Und der finale Move, dafür reicht es dann nicht. Ach komm, ey, ernsthaft. Ja, dann bin ich gefangen in dem Moment. Sehr gut. Und wenn das Timing zu schlecht ist, dann ist die Hexenzeit auch schneller vorbei, als man es eigentlich möchte. Ey, komm, verpiss dich. Das ist doch schon wieder mega kacke. Vor allem mit so zwei Gegnern am Anfang, ey, die überhaupt nicht so oft angreifen, dass sie mal einigermaßen häufig Hexenzeit auslösen würden. Du, das ist ja nicht so oft angreifen. Ah, das ist ja nicht so oft angreifen. Und wie? Du bist doch da. Du bist doch einigermaßen häufig du, das ist ja nicht so oft angreifen. Doppel-Move, nice. Okay, bis ich diese Timings drauf habe, das wird was dauern. Ich übe das, glaube ich, mal ein bisschen, Leute. Das ist ja mega kacke. Wisst ihr was, Leute? Ehrlich gesagt, da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Entweder mache ich das in einer ruhigen Minute nochmal. Ich habe auch schon im Internet geguckt. Das ist der Vers, bei dem ein Großteil der Community abkotzt, weil auch viele Violas Kampf einfach scheiße finden und der Kampf maximal beschissen ist mit den ständig mehreren Gegnern da, die einen auch mit Kombos haben. Man kann fünf Treffer einstecken, die haben Kombos drauf mit vier Treffern oder sowas, die einen mit einem Bruchteil einer Sekunde schon den ganzen Versuch kaputt machen können. Man kann halt nur in der Hexenzeit treffen, die auch mit ihr Kacke ist auszulösen. Ich weiß noch nicht, ob ich darauf Bock habe. Wenn, mache ich das mal für mich in einer ruhigen Minute. Aber hier jetzt nicht. Wollte eigentlich da drauf, da oben? Ah, es geht auch so. Aber es ist interessant. Ich habe ja auch schon öfters gesagt, dass ich den... Ach, guck mal, da hinten ist schon ein Widerabe oder so. Dass ich ihren Kampfstil nicht mag, ne? Und ich scheine da auch nicht der Einzige mit der Meinung zu sein. So, mal gucken, wo der Rabe mal wieder hinfliegt. Hier ist ein Collectible. Hier auch. Ach, guck mal, hier fliegt sogar der Rabe lang, wie praktisch. Oder die Krähe ist es ja, glaube ich. So, Krähe, in dem Level hätten wir es schon mal. Das war härter, als sie gedacht hat. Ähm, das kann ich nicht bestätigen. Ey, das ist echt eine richtige Kacke-Herausforderung da hinten. So, bei den Türmen, die hatten wir auch schon mal, ähm... ...als wir den Netz, den wir, glaube ich, betreten haben. Und ich wollte gerade sagen, da habe ich auch einiges nicht gefunden. Und auch erst nachträglich ist mir aufgefallen, okay, man kann in die Türme rein, indem man die Außenmauern zerstört. Das hätten sie einem auch noch mal ein bisschen deutlicher zeigen können. So, mal gucken. Nein! Ach, komm, komm, komm wieder rauf, ja. So ist brav. Ach, guck mal, da hinten. Der Schlüsseleingang. Nein, wo ist unser Schlüssel eigentlich hin? Den hatten wir doch zwischenzeitlich. Oh mein Gott. Hier ist auch noch mal eine Schatztruhe. Interessant, was man hier an Höhe gewinnen kann, wenn man weiß, dass man in diese Türme rein kann. Oh Gott, auch noch mal irgendeine Jump'n'Run-Herausforderung. Ernsthaft? Also, in der Beziehung, muss ich echt sagen, wird das Spiel langsam richtig kacke, ja. Wir sind hier nicht in einem Jump'n'Run, wo wir nur, beziehungsweise das war ja gerade eine Kampferausforderung gewesen, aber es wird langsam echt ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Boah, wo genau war das? Okay, immerhin werden wir mit einer Plattform gefahren. Aber auch da wieder, ne? Die Kacke, ey, wo hängt das Teil im dreidimensionalen Raum genau über mir? Okay, wir sind runtergecrasht. Ähm, ich würde sagen, wir holen uns noch mal den Schlüssel und machen erst mal das Schlüssel-Ding. Der Schlüssel war doch hier irgendwo, oder? Ah, da unten. Achso, die Zeit von unserer Herausforderung läuft gerade ab. Das ist nicht so schlimm. Wir holen jetzt erst mal den Schlüssel. Und dann würde ich sagen, dass wir in diesem Turm noch mal nach oben fahren und erst mal dieses Schloss da hinten aufschließen. Also, jetzt nicht falsch verstehen, ja? Ich finde, das Spiel immer noch cool. Oh, hier ist ein Vers. Es hat seine Qualitäten gerade, was den Kampfflow und so angeht. Das ist einfach cool gemacht, ne? Genau, komm mal raus. Oh, 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 ah nein, falschen Knopf zum Ausweichen. Auch das, ne? Warum ist der Ausweichknopf bei Ihrem anderer? Werde ich nie verstehen, warum das so sein muss. Oh. So, da haben wir auch wieder einen. Ich sehe nix. Wo bin ich? Ist das ein Gegner? Ach, das ist das für ein Shishir, der hier immer drin steht. So, time to shine. Das ist noch mit das Wichtigste an mir, was sie da komisches ausruft, ja? Wenn du einmal in so einer Combo durchsmashen konntest. Bring es in, big guy. Okay, haben wir immer noch einen Kampfhersen in diesem Part erledigt. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Kombos waren scheiße gewesen, aber wie gesagt, ihr Kampfsystem liegt mir nicht. Ich habe auch nicht die Muße, mich da reinzufuchsen jetzt noch. Aber jetzt schließen wir einmal dieses Tor da oben erst mal auf. Dann gucken wir mal, ob wir diese andere Geschicklichkeitssequenz hier auch noch machen. Und dann soll auf jeden Fall gut sein für heute. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir das letzte Mal hier auf dieser Insel waren, hatte ich dieses Tor gefunden, aber ich habe einen Schlüssel und hatte mich auch gefragt, was mit diesem Tor hier nochmal Sache ist. Achso, ich hätte den Knopf nicht so lange drücken brauchen. Ich hatte nicht mehr Erinnerung, dass das das Tor für diesen Schlüssel ist. Aber was haben wir bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ach, nochmal ein Viertelherz und wahrscheinlich ein paar Goodies. Das ärgert mich jetzt schon, dass ich dieses Herausforderungsdingens da unten nicht machen möchte. Aber naja. Wollen wir den zweiten Turm ja eigentlich auch von innen aufmachen? Ne, es gibt nur einen Turm, der bis hier runterkommt, ne? Die Säule hier kann man, glaube ich, kaputt machen. Die sieht auch so brüchig aus. Ja. Ich glaube, es hat dann irgendein Crafting-Material gegeben. So, das Problem ist auch jetzt schon scheiße. Jedes Mal, wenn ich hier runterfahre oder hier runterfalle, kann ich diesen Fahrstuhl wieder nehmen und wieder rauf fahren. immerhin hat sie auch so ein paar Flügelchen. Guck mal, hier oben drauf kann man auch nochmal landen. Aber diese Inselgeschichten sind ja immer sehr exploring-lastig, ne? Ich glaube, da unten sind wir schon gewesen. Da haben wir die Krähe gefunden, ne? Dann scheint mir hier oben gar nichts zu sein. Hier ist auch irgendwie eine unsichtbare Wand oder so. Dann scheint mir hier oben gar nicht so viel zu sein, außer diese Truhe da. Diese Herausforderungstruhe. So, dann schauen wir mal. Den kriegt man eigentlich, da fährt man eigentlich automatisch durch. Durch den schon wieder nicht mehr. Der hängt genau da unter der Kante. Da muss man, glaube ich, auch oben drüber springen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir die restlichen beiden kriegen. Ich weiß noch nicht, wie ich am besten meine Kamera oder so positioniere, dass ich das mal optimal sehen kann, wo diese Dinger hängen. Wow, war das lucky gewesen. Dass wir... Dass wir genau da wieder drauf gekommen sind. Kommen wir wieder drauf? Nein, jetzt sind wir zu langsam. Okay, vier von fünf haben wir geschafft. Und dann leider die Plattform nicht. Das ist aber gut zu wissen, dass wir das eine am besten holen. Dann auf diesen Turm landen. Dann das Teil auf der Brücke holen. Und dann wieder auf den Teil landen. Das war der Gedankengang, den ich noch nicht zu Ende geführt habe. Aber wie wir das eine dann kriegen sollen und gleichzeitig auf der Plattform bleiben sollen, das ist mir noch nicht so hundertprozentig klar. Und jedes Mal diese elendig lange Einführungsequenz hier wieder. So, das ist schon relativ weit weg und das ist dann noch weiter weg. Wenn wir hier einmal von der Plattform fallen, ist es auch noch quasi hinterm Turm hier, dann ist es definitiv vorbei. So, hier fahren wir noch automatisch durch. So, das ist eigentlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Okay, ich glaube, wir haben es. Wenn wir jetzt das hier nicht verkacken. Wo das Potenzial auch nicht so klein ist, es zu verkacken. Wir haben es geschafft. Jut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter und folgen mal den Weg weiter, wo wir eigentlich hin müssen. Das ist die Klippen darauf. Okay, okay. Jut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.